Was soll ich dazu sagen, meine Freunde? Ich grüße euch zu diesem Video. Linke fordert Abschaffung der Hausaufgaben in Schulen. Es ist kein Fake oder ähnliches, das ist von der linken Vorsitzenden Janine Wissler wirklich so geäußert worden, Zitat, der alltägliche Hausaufgabenstress vergiftet das Familienleben, bedeutet Streit, Überforderung, Tränen und schürt Aggressionen. Wenn Eltern Feierabend haben, haben sie noch lange nicht Feierabend, heißt es hier. Und ja, da ist was Wahres dran, natürlich, denn Eltern ist man auch ein Leben lang, wie mein Vater immer so schön sagt. Und dann heißt es hier auch weiter, von der unnötigen Last der Hausaufgaben könnte man sie sofort entlasten und damit viel Druck aus den Familien nehmen. Und ich glaube, ein bisschen Kern ist in der Wahrheit im Kern drin, dass es in der einen oder anderen Familie wirklich zu Problemen da kommen mag, weil der Papa oder auch die Mama vielleicht kognitiv gar nicht in der Lage dazu ist, diese Hausaufgaben selber zu lösen. Das gibt es ja oftmals. Sprachliche Barrieren sind oftmals Probleme. Und genauso natürlich auch die Kommunikation untereinander, wie es dann mit dem Kind funktioniert oder auch nicht. Weil nicht jeder Elternteil kann gut lehren. Das ist ja wirklich ein ganz gravierendes Problem. Und dementsprechend mag da schon ein Fünkchen Wahrheit drin sein. Aber es kann doch nicht die Lösung sein. Das hat sich so gereimt. Denn überleg doch mal, was ist denn die Folge daraus? Na gut, dann machen wir jetzt keine Hausaufgaben mehr. Was ist die Zukunft? Okay, man geht jetzt in die Partei Die Linke und tritt dort ein, um seinesgleichen zu finden oder was. Und genauso, ja gut, vielleicht macht man natürlich noch ein bisschen Bürgergeld. Oder am besten noch einen TikTok-Kanal auf und versuch damit, seine Karriere durchzuführen. Du kannst dir nicht mehr ausdenken, was hier passiert. Aber schreibt es mal unten rein, was ihr davon haltet. Ich finde es mal wieder absolut unfassbar. Bis zum nächsten und ciao. Bis zum nächsten Mal.